Willkommen zurück bei Let's Play Mario & Superstar Sagan. Wir waren hier bei der Abfahrstelle und jetzt kommt eine Mario. Wir haben hier einen Koffer von deinen Häusern mitgebracht. Du kannst einen Alten- und Futterwäsche füllen. Bei der schönen Ecke wird im Diener erwähnt. Wo ist dein Koffer? Drücke sind wir, um deinen Koffer zu öffnen. Daher scheint der Manöbild schon. Du kannst bereits erhaltene Alten ausüben und benutzen oder die Kleidung wechseln. Verlänglich solltest du auch dein Status übergriffen. An Bord des Kooperjets wirst du Sicherheitszeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Und noch etwas. Wir sind Reisegelder. Ding! Prodamenten. Geil! Eiji, gehst du auch mit nach Bonnend? Wie immer bleibst du hier, du Lappen. Ich bringe Mario auch zum Fliegen. Mario, geh schon mal vor. Und ich erwarte euch dann im Kuba-Jet. So, Aldi. Bye, bye. Okay, warte jetzt. So, wird machte der Manöbild seine Hand dort im Tor. Mario! Du bist bei Tom! Wir brechen auf! Los! Komm endlich an Bord! Das ist der Kuba-Jet. Das ist der Kuba-Jet. Das ist der Kuba-Jet. Der neueste Waffe. Das ist ganz neu. Sag ich dir. Aber du, was sind meine Leute? Mathieu damit! Bitte. Bye, Bye. Oh Loloino! Oh, wo bleibt der Haufen? Du? Willst du etwa mein Name? Äh, das stimmt. Du kannst dran, du willst mir also nicht. Olli-Din wundert sich von Hebozahn, Alter. Nee, nee, nee. Genau, du, doch. Nein, nein, nein. Nicht, das ist richtig. Du siehst wohl nicht besonders hell aus. Dann komm ruhig mit. Äh. Ihr Rübleben. Oh ja, eure Widerlichkeit. Die Widerlichkeit. Die Widerlichkeit ist soeben eingetroffen. Hier sammeln wir uns die Nasen. Die, da kommen die Widerlichkeiten. Wartet auf mich. Mario, diese Lügen. Einmal angetreten, wir gehen an Bord des Kuppertjets. Was? Ui, die wundert sich von Rutschkollern auf. Oh, was ist das? Einfach Krustel ohne Neuzugang. Los, starten wir endlich! Und jetzt machen sie keinen anderen Mann an Bord. Nur müssen wir weinen. Was? Sofort starten. Schnapp die Halt. Catchy, 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 catchy. Luftraum über den Pilz. Morgen. Ich denke noch mal, wie wir sind doch. Ich bin so ein Scheiß. Nun. Eine Durchsinger für die Basisüre. Mario und... Äh. Der Lamp da. Wie heißt der? Der Grüne da. Äh, äh, äh. Grünkäppchen. So heißt er. Was? Hm, was ist Grün? Und? Es hat Mario und Grünkäppchen zugehört. In Kürze erreichen wir Bohnenlampe. Also öffnet mit Select den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. So. Okay. Dann mach mal hin nach. Also mit Starter. Äh. Quatsch. Stolz. Lettens. Also hier sehen wir Mario und Luigi. Hier sind die Items. Klamotten. Ja. Boah, dann so Mario. Also Luigi hat mehr KPS Mario. Baby Slide. Mario hat mehr Angriff. Luigi mit Verteidigung. Mario hat mehr innen und auch ein bisschen mehr Baut. Dann gehen wir mal weiter. Tim. Tim. Wird ein bisschen mehr zugehört. Du bist 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 ein bisschen mehr zugehört. in der Kanz die Schuhe und die Schuhe und die Kruppe der Kuhn-Nurie geht es in Karte die Brüder Box abstritten in die Box und der richtige Brüder gegen die Box bewegt sich sie in die Feierrichtung und sprüht die Brüder um den Blumen Blumen ein paar Coins da ich habe mich schon gehen oben nehmann nicht von der Sitte ins Bekommen ich sehe auch nur so blöd aus der ist gar beschäftigt ne, 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 bin ich gekommen komm, 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 komm komm, komm, komm komm, 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 komm komm, komm, komm äh, wir haben sie doch, oh, die du, Mario und Luigi wenn du, ach so ein Koffer drückst ihn weg, guck im Koffer da sind sie doch oh, Mann, ey das sind eure Pässe aber, äh na nun wo sind die Fotos damit könnt ihr die Bonn einreißen Bonn dann fangen wir ein paar Fotos an das ist das Problem dann ist das Polarbleiben ganz einfach und wir drehen demnächst na gut das kommt schon ne stelle wir auf das Ding da und, ja, dann los wenn wir jetzt grönen Käppchen mit der zurücktritt dann wird er recht freundlich muss er die Fügelchen wird aufgenommen und muss die Stelle halten drücke nicht auf bla 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 um komische Fratzen zu schneiden bam epic face und jetzt grönen Käppchen komm und start nach vorne und trittig start und okay, machen geh mal weg fertig kaiser epic und super fertig sind fertig so die die pilz pilz das nach hin und die ist nach dort na, da müssen wir alle ein Fehler muss wieder von vorne anfangen und so Leute da oben was da oben ist sehen wir im nächsten Mal und die super star die 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 könnt ihr an deiner Hochebene oder das Video favorisieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.